So, hallo und herzlich willkommen zum Synology Partner Online Training im April 2015. Mein Name ist Dennis Schellhase und ich freue mich jetzt in diesem Webinar nun DSM 5.2 und vor allem die Highlights des DSM 5.2 vorzustellen. Derzeit ist der DSM 5.2 noch in der Beta-Phase, wird dementsprechend auch in naher Zukunft in den nächsten Wochen auch dann offiziell gelauncht als finale Version. Dementsprechend kann man es als Beta schon mal testen und hier wollen wir schon mal dann die ersten Highlights und Funktionen des neuen DSM 5.2 zeigen und vorstellen in den nächsten, sagen wir mal, 40 Minuten. Generell liegen die Schwerpunkte im DSM 5.2 vor allem im Bereich Backup, also ich sag mal hauptgenutzter Bereich, gerade im NAS-Segment als entweder Backup-Ziel oder auch man sagt, okay, ich nutze das NAS als Datenspeicher, als privater Cloud und möchte dann zum Beispiel auch für ein zweites NAS von mir die Daten dann quasi wegsichern. Beide Möglichkeiten sind hierbei von betroffen. Der zweite Schwerpunkt beim DSM 5.2 in der Entwicklung ist dann der externe Zugriff, beziehungsweise generell das Thema private Cloud, Business Cloud. Dementsprechend auch hier dann klarer Schwerpunkt auch für den DSM 5.2 und seine Entwicklung. Und der dritte Bereich umfasst dann neue Funktionen oder erweiterte Anwendungen für bekannte Funktionen und entsprechende Optimierungen, die wir auch an sonstigen Funktionen bereits bieten, die wir quasi im DSM 5.2 dann hinzugefügt haben. Fangen wir auch direkt mal dann mit dem ersten Thema an, Backup. Was haben wir hier alles an Neuigkeiten für den DSM 5.2? Hier sind vier Bereiche vor allem zu erwähnen. Einmal der Bereich Backup-Votation, dass man nun auch bei den versionierten Backups, die man zum Beispiel auch mit dem Time-Backup-Paket in früheren DSM-Versionen kannte, nun quasi integriert ist in der Datensicherung und Replikationsanwendung. haben wir nun die Möglichkeit, diese versionierten Backups nach bestimmten Schemata quasi aufzubewahren. Der zweite Bereich umfasst die Wiederherstellung. Wir bieten nun eine wesentlich flexiblere Wiederherstellung der Daten. Wir haben einen File Station-ähnlichen Fallbrowser entwickelt, womit man Daten dann in verschiedenen Versionen, einzelne Dateien zum Beispiel, wiederherstellen kann. Das heißt, ich muss nicht mehr das gesamte Backup-Set wiederherstellen, sondern kann mich auf einzelne Dateien dann festlegen, die ich in einer gewissen Version, so wie ich sie brauche, dann wiederherstellen kann. Der dritte Bereich ist die verschlüsselte Übertragung. Das heißt, wir bieten nun noch die Möglichkeit, gerade für Businesses, die ihre Daten immer verschlüsselt übertragen wollen, auch für das Backup quasi eine verschlüsselte Übertragung zu nutzen. Und als viertes haben wir nun auch das Backup optimiert, damit man nun 30 Prozent schneller seine Backup-Aufgaben erledigt kriegt, verglichen mit DSM 5.1 und so vorn. Das heißt, auch hier haben wir verschiedene Optimierungen getroffen. Generell möchte ich aber vor allem die Punkte 1 und 2, Backup-Protation und den Backup-File-Browser gerne noch etwas detaillierter erklären. Und das tue ich jetzt am besten anhand der nächsten Folien. Generell versionierte Backups bieten wir, wie schon erklärt, über Time-Backup, beziehungsweise jetzt integriert in Datensicherung und Replikation. Bis DSM 5.1 war es so, dass wir gerade bei versionierten Backups quasi diese erstellen konnten. Die wurden auch durchgeführt, nach dem Zeitplan zum Beispiel. Allerdings boten wir bis dahin keinen automatisierten Löschmechanismus an. Das heißt, es gibt keine grundsätzlichen Regeln, wie ich meine bestimmten Backup-Versionen im NAS, beziehungsweise wenn das NAS als Speicherziel gilt, dann nachher aufbewahren möchte. Generell würden dann quasi diese bestimmten Versionen immer wieder nach und nach quasi gesichert werden. Ja, das ja. Aber im Endeffekt würde das NAS dann irgendwann zum Beispiel vollgeschrieben werden. Und so kann ich jetzt als Administrator mit weniger Aufwand meine versionierten Backups nach bestimmten Aufbewahrungsregeln vorhalten. Das jetzt seit DSM 5.2, die ja aktuell in der Beta ist. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Das heißt, man kann nun wirklich Regeln erstellen, sogenannte Rotationsregeln, wie meine versionierten Backup-Sets gespeichert und aufbewahrt werden sollen. Dabei haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich das zum Beispiel für meine Daten. Das heißt, ich kann alle meine Dateien und Ordner entsprechend nach bestimmten Versionen sichern lassen. Genauso bieten wir dies nun für iSCSI LUNS auch an. Dazu haben wir dann zwei verschiedene Kriterien, wonach wir dann diese Rotationsregeln einstellen können. Einmal kann ich sagen, okay, bitte lösche automatisch immer die ältesten Versionen des Backups und wenn du neue Backups erstellst zum Beispiel oder nach einem Smart-Recycle-Prinzip. Dort geht es dann zum Beispiel nicht nach dem Alter, sondern eher ein Mix aus Wichtigkeit und Alter, wo man sagt, okay, in den jüngsten Zeiten brauche ich öfters meine Backup-Version. Alles, was älter ist, weniger. Das Ganze erkläre ich am besten jetzt nochmal in einer Sonderfolie. Generell das Smart-Recycle-Prinzip. Grundsätzlich ist es hier quasi anders wie bei dem Löschen der ältesten Datensätze, quasi first in, first out. Ist beim Smart-Recycle-Prinzip eher wichtig, dass man die Datensätze, die ich für relevanter nach einem gewissen Alter entsprechend kleinere Zwischenräume zwischen den Backups habe, um dementsprechend gerade, wenn ich jetzt die letzten Woche, die letzten zwei Wochen nehme, häufigere Backups noch vorzuhalten, währenddessen ich bei Backups vor ein, zwei, drei Jahren die wesentlich weniger benötige. Generell wird dann hier immer noch natürlich auch ein Kriterium angesetzt, dass man sagt, okay, alte Backups brauche ich natürlich auch. Dementsprechend versucht man mit diesem Prinzip eine Mischung aus Speichere alte Backups, aber auch Speichere die wichtigen Backups. Dementsprechend, um das System ganz kurz auch einmal zu erklären, generell bedeutet das zum Beispiel, dass ich im aktuellen Tag stündliche Version des aktuellen Tages vorhalte, dann aber, wenn der Tag vorbei ist, nur noch eine tägliche Sicherung gespeichert habe für alle Tage jeweils aus dem aktuellen Monat. Später habe ich dann zum Beispiel nur noch eine wöchentliche Sicherung, also nach einem Monat, sodass ich in den letzten Monaten dann immer jeweils ein wöchentliches Backup-Set habe, das ich wiederherstellen könnte oder wo ich nochmal auf die Daten einsehen könnte und dann quasi, wenn wir auf mehrere Monate zurückgehen, dann vielleicht monatliche Sicherung und jährliche Sicherung. Dementsprechend haben wir dann hier immer größere Abstände, was das Vorhalten der Backups betrifft. Um das allgemein auch nochmal zu zeigen, wie genau kann ich meine Aufbauungsregeln eigentlich einstellen, wir haben hier für diese Rotationsrichtlinien drei Punkte. Einmal die Methodik, das heißt, ich kann sagen, okay, möchte ich first in, first out, also immer die ältesten Backups löschen oder nach dem Smart Recycle-Prinzip vorgehen. Als zweites kann ich dann sagen, okay, welche Konditionierung möchte ich da anwenden, das heißt, ich sage, okay, wie viele Backup-Sätze möchte ich überhaupt speichern. Das heißt zum Beispiel, wenn ich 100 Backup-Sätze hätte und würde jetzt das 101. Backup machen, würde dann quasi die älteste Version gelöscht oder nach Smart Recycle-Prinzip dann die Version, die aus diesem Prinzip dann herausfällt. Dazu kann ich auch optional als Administrator sagen, okay, ich würde gerne manuell die eine oder andere Version gerne sperren, damit die nicht gelöscht wird, einfach weil hier eine wichtige Änderung war oder weil ich diese Version für sehr, sehr wichtig halte. Dementsprechend lässt sich das auch dann entsprechend blockieren. Das Ganze möchte ich gerne auch mal im DSM zeigen. Das heißt, nun zur Backup-Motation gehen wir in die Anwendung Datensicherung und Replikation und sehen dann hier schon einige Backup-Sätze und Aufgaben, die erledigt wurden. Wir haben schon einige Backup-Aufgaben angelegt, nehme ich hier mal das Smart Recycle Backup, gehe auf Bearbeiten. Hier sieht man dann zum Beispiel die Einstellungen, die man schon kennt. Ich kann sagen, welche Ordner möchte ich zum Beispiel sichern oder auch welche Anwendungen, die auf dem NAS gerade laufen, möchte ich wegsichern. Die Neuerung begibt sich dann in den Aufgabeneinstellungen. Hier haben wir nun die Möglichkeit, die Sicherungsrotation zu aktivieren und zu sagen, okay, nach welchem Prinzip möchte ich vorgehen. Zum Beispiel die frühesten Versionen einfach nur immer, beziehungsweise die ältesten Versionen immer löschen oder nach Smart Recycle Prinzip und kann dann nun die Anzahl der Versionen bestimmen und sehe dann auch zum Beispiel schon in der Zeitleiste, wie sieht das dann ungefähr aus, wenn ich nach ältesten Versionen gehe oder nach Smart Recycle Prinzip. Dementsprechend kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, nehmen wir 100 und dann sehen wir auch schon hier sind dann quasi die Abstände der Daten, die vorgehalten werden, wesentlich kleiner wie nachher, wenn wir auf einen Monat hinausgehen, wo dann die monatlichen Sicherungen sind und dann alles, was dann älter ist als 19 Monate, dann auf jährliche Sicherungen umgestellt wird. So und dann kann ich natürlich auch einen Zeitplan immer noch einrichten und sagen, okay, ich möchte an den und den Tagen zu dieser Uhrzeit immer sichern und danach geben sich dann die Regeln, wie ich meine Datensätze vorhalten möchte. Dementsprechend bin ich hier nun vollkommen flexibel in den Möglichkeiten, die mir gegeben sind. So, gehen wir weiter zum zweiten Bereich, der File-Version-Browser. Hier haben wir nun die Möglichkeit, die Datenwiederherstellung noch flexibler zu gestalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel verschiedene Versionen einer Datei hatte, musste ich früher beim Backup, gerade wenn ich die bestimmte Datei-Version wiederherstellen wollte, im Endeffekt eigentlich das komplette Backup-Set wiederherstellen. Was hat sich nun geändert? Mit diesem File-Version-Browser kann ich dediziert bestimmte Dateien und Ordner sehen zu einer gewissen Version oder Speicherzeit und mir dann genau die Datei in dieser Version, die ich brauche, zum Beispiel downzuloden, entweder auf den Computer, um die noch zu bearbeiten oder ich kann sie kopieren oder auch direkt quasi im NAS wiederherstellen. Ich habe also wirklich freie Wahl, was ich machen möchte. Ich muss sie also nicht unbedingt wiederherstellen. Ich kann sie auch einfach rauskopieren und mir angucken, was waren da überhaupt erstmal. Dazu haben wir auch eine Zeitleiste für Dateiversionen, sodass ich hier nun wirklich sehen kann, wie viele Versionen gibt es zum Beispiel von dieser Datei und von welchen Zeiträumen haben wir das. Auch das möchte ich gerne einmal zeigen. Gehen wir zum Beispiel jetzt hier auf Daten, Sich und Replikation auch wieder und dann auf Wiederherstellen. Und dann gehen wir auf das Backup-Sit, was wir gerade gewählt hatten, Smart Recycle und können dann nun hier auf Wiederherstellen, zum Beispiel eine einzelne Datei, können wir dann im Endeffekt sagen, okay, die möchte ich gerne sehen und schon kann ich mir einen Ordner zum Beispiel auswählen, sehe hier meine Dateien, sehe unten dann quasi den Zeitstrahl mit den Versionen, die gerade angelegt, kann zum Beispiel eine zurückgehen und dementsprechend sagen, okay, das davor oder noch ein Backup davor, suche mir zum Beispiel aus dem anderen Tag zum Beispiel das Backup-Set aus, zum Beispiel vom Montag und sehe, okay, hier wurde immer 15, 16, 17 Uhr gesichert, also gehe ich jetzt auf die Version von 15 Uhr und kann zum Beispiel dann diese Datei entweder kopieren, entsprechend wiederherstellen oder einfach downloaden. Von daher habe ich hier freie Wahl. Generell möchte ich auch noch mal ganz kurz ergänzen zur Backup-Rotation, was mir gerade so aufgefallen ist. Da habe ich auch noch einen Punkt vergessen, wie kann ich eigentlich Versionen entsprechend zum Beispiel blocken. Gehen wir einfach auf das Datensicherungsziel dieser Backup-Aufgabe, gehen wir auf Smart Recycle, Informationen zur Datensicherungsversion und können jetzt hier auswählen, welche Version möchte ich eigentlich speichern und welche Version möchte ich zum Beispiel immer gespeichert haben, die dann nicht aus dieser Rotation entsprechend rausgenommen werden. Das nochmal ergänzend dazu, da ich das gerade nicht gezeigt habe. Okay, das zum Vollversion-Browser. Auch hier haben wir natürlich dann die flexibere Möglichkeit der Wiederherstellung und kommen wir dann auch direkt zum zweiten Punkt, zum Thema Cloud. Was haben wir hier zuallererst im DSM 5.2 anzubieten? Das ist für den Quick-Connect-Dienst eine erhöhte Performance. Bedeutet eigentlich, was haben wir gemacht? Generell lief der Datenverkehr grundsätzlich beim Quick-Connect-Dienst immer über den Synology Relay-Server, der die Verbindung zwischen Endgerät, wenn man hier zum Beispiel ein Smartphone hat, mit dem ich von extern auf das NAS zugreife, beziehungsweise auf die Daten des NAS, wurde dann quasi der Relay-Server als Verbindungszentrale genommen, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten, beziehungsweise zu erstellen. Quick-Connect war allgemein ein Dienst oder ist ein Dienst für Nutzer, die wenig Ahnung haben, wie ich einen externen Zugriff einrichte, die auch mit den ganzen Einstellungen eigentlich gar nichts anfangen können oder auch nicht durchführen möchten. Dementsprechend konnte man sich einmal bei Quick-Connect registrieren und alles andere lief im Hintergrund. Nun war das so, dass alle Daten grundsätzlich dann über den Relay-Server liefen, was ab DSM 5.2 sich nun ändern wird, ist dementsprechend, dass wir den Datenverkehr nun direkt versuchen anzusteuern, das heißt, nach dem erstmaligen Verbindungsaufbau, der positiv war, wird ein direkter Zugriff zwischen NAS und Endgerät im Endeffekt versucht herzustellen. Die Wahrscheinlichkeit ist hier auch sehr, sehr hoch, die liegt bei über 90 Prozent, dass es auch erfolgreich ist. Die genaue Zahl habe ich jetzt leider nicht im Kopf und so wird dann der Relay-Server nach dem erstmaligen Verbindungsaufbau umgangen und wir erhalten als Kunden und als Endkunden dann nachher eine wesentlich höhere Performance, gerade wenn ich den Quick-Connect-Dienst nutze. Dazu unterstützen wir nun auch für Endort-Geräte die automatische Neuverbindung, sobald zum Beispiel die Quick-Connect-Verbindung mal abreißen sollte, dass das Endort-Gerät sich automatisch neu an dem NAS-System entsprechend verbindet. Das ist dann eine der neuen Funktionen, die wir gerade da für den externen Zugriff bieten. Des Weiteren, was Mobilgeräte betrifft, unterstützen wir mit DSM 5.2 nun auch die sichere HTTPS-Verbindung für alle Windows-Phones. Viele User haben danach gefragt. Nun haben wir es auch bei DSM 5.2 integriert, sodass auch alle Windows-Phone-User business-geeignet sicher auf ihre Daten am NAS zugreifen können und dementsprechend alle Apps, die wir anbieten für Windows-Phone, entsprechend auch gesichert nutzen können. Weitere Neuerungen ergeben sich bei der Cloud Station. Hier haben wir einmal das Long-Polling-Prinzip nun eingeführt. Generell muss man hier erklären, hier gehen wir davon aus, dass die Kommunikation effektiver ist, wenn sie proaktiv erfolgt. Um mal ganz kurz zu erklären, wie war eigentlich das Cloud Station-Kommunikationsprinzip bis DSM 5.1. Generell war es so, dass ich dann zum Beispiel meine Clients hatte oder auch mein Mobilgerät. Hier zum Beispiel jetzt, sagen wir einfach mal, wir nennen es mal Alzheimer Phone. Denn warum Alzheimer Phone? Denn generell war es so, dass das Phone immer gefragt hat, hey, hast du eine Neuigkeit für mich, liebes NAS? Wenn ja, schick sie mir mal. Das NAS antwortet, nein, ich habe keine Neuigkeiten. Fünf Minuten später fragt das Alzheimer Phone wieder, hey, hast du was Neues für mich? Und dann antwortet das NAS wieder, nein, leider habe ich nichts Neues, dementsprechend keine Updates. Und das würde dann immer und immer wieder erfolgen. Was wir nur in DSM 5.2 eingeführt haben, ist, dass quasi nach der ersten Frage des Mobilgeräts dieser Request gehalten wird und das NAS sich einfach denkt, okay, ich melde mich dann, wenn ich eine Neuigkeit habe, antwortet also noch nicht. Dementsprechend wird das Mobilgerät auch nicht noch weiter anfragen, hast du Neuigkeiten für mich, weil es immer noch auf die Antwort, die sie erwartet, beziehungsweise erwartet, erwarten würde, wenn das NAS antworten würde. Dementsprechend wird hier die Kommunikation runtergeschraubt und Vorteile hierbei sind vor allem eine Reduktion der Auslastung der CPU des NAS-Systems, weil wenn ich zum Beispiel viele Mobilgeräte habe, die immer wieder anfragen, muss das NAS immer wieder die Datenbank überprüfen. Dementsprechend fällt das raus. Dazu habe ich auch einen reduzierten Traffic, gerade wenn ich zum Beispiel nur ein limitiertes Datenvolumen auf meinem Mobilgerät habe, habe ich so die Möglichkeit, entsprechend Datenvolumen zu speichern. Dadurch, dass nicht immer wieder diese Abfrage kommt, das Gerät immer wieder sagt, nee, ich habe nichts und dann wieder diese Abfrage kommt, was natürlich dadurch Datenvolumen erzeugt. Dementsprechend ist das jetzt hier eine wesentlich optimiertere Version der Synchronisierungsabfrage und dazu bietet Cloud Station nun auch eine Partitionierung der Datenbank. Grundsätzlich war es so, bis DSM 5.1, dass die Cloud Station generell eine große Datenbank hatte. Das haben wir nun optimiert, dass nun die Cloud Station mehrere Datenbanken verwendet für die Synchronisierung, dass zum Beispiel für jeden Share eine eigene Datenbank auch angelegt wird, sodass wir a, eine erhöhte effiziente Performance und Reaktionsfähigkeit der Cloud Station erreichen, dadurch, dass man nur noch auf kleinere Datenbanken zugreifen muss und nicht immer auf die große, vollständige Datenbank und b, dass wir nun auch für jeden Ordner flexibel entscheiden können, wie viel Dateiversion möchte ich in einem Ordner eigentlich vorhalten. Wir hatten bisher immer die Möglichkeit zu sagen, ja, man kann in der Cloud Station seine Dateien versioniert speichern lassen, allerdings galt diese Regel dann für alle Ordner. Nun haben wir es eingeführt, dass wir mit der Cloud Station für jeden Ordner fest definieren können, das heißt zum Beispiel ein Ordner wird wesentlich häufiger genutzt aktuell und ist nicht so nach Archivierungsregeln irgendwie aufgestellt wie andere Ordner, wo halt weniger Versionen eigentlich benötigt werden und ein produktiver Ordner wird dann dementsprechend mehr Versionen halten. So kann ich dann flexibel sagen, okay, mein Ordner 1 soll 16 Versionen beibehalten, der Ordner 3, wo ich zum Beispiel nur meine Daten dann archiviert lasse zum Beispiel, aber man muss darauf auch dann immer zugreifen können. Eine Version wäre mir vollkommen ausreichend, weil so oft die Daten nicht mehr bearbeitet werden und eigentlich nur die aktuellsten Versionen brauche. Von daher bin ich hier nochmal flexibler. Zeige ich auch ganz kurz einmal in der Oberfläche. Das heißt, wir starten die Cloud Station und gehen nun auf Einstellungen und hier haben wir dann die freigegebenen Ordner im Endeffekt und sehen auch schon die maximalen Versionen. Standard. Standard bedeutet hierbei, hier wird einfach die maximale Versionsanzahl genommen, die wir von der globalen Einstellung haben. Hier maximale Versioneinstellung ist 32, kann also hier bis zu 32 Versionen meiner Dateien jeweils verwenden. Wenn ich das jetzt ändern möchte, kann ich mir sie markieren, gehe auf maximale Versionen und sage, hey, 32 Meter zu viel, verbraucht mir viel zu viel Speicher, brauche ich gar nicht, machen wir vier draus. Schon würde für diesen Ordner nur noch vier Dateiversionen jeweils dann gespeichert werden. Von da habe ich nun die Möglichkeit wirklich zu sagen, okay, wie viel Versionierung brauche ich pro Share. Bin damit also noch einmal wesentlich flexibler. Das zum Thema Cloud Station. Generell haben wir auch für die File Station noch eine Optimierung getroffen. Das heißt, ich kann nun in der File Station auch Public Cloud Dienste einbinden. Bedeutet in diesem Fall, dass sie gehandhabt werden wie lokaler Speicher. Ich aber remote darauf zugreife. Das heißt, die werden nicht gedownloadet auf das NAS. Ich brauche keinen Datenspeicher in dem Sinne, sondern greife einfach remote auf die Daten zu, als wenn dieser Cloud Speicher in meinem NAS wäre. Dementsprechend nur bei Bedarf. Das heißt, wenn ich gerade die Daten auslese, werden die Daten mir angezeigt. Ansonsten werden sie nicht auf dem NAS gespeichert. Auch das zeige ich einmal kurz anhand der File Station, wenn ich diese nun öffne. Wir haben schon ein paar Accounts zum Beispiel eingerichtet. Dropbox Account oder auch den Google Drive Account, wo wir gerade jetzt die Verbindung mal erst einmal aufbauen. Danach sind die nicht mehr ausgegraut und kann dann quasi auf meine Daten zugreifen und die bei Google Drive liegen, als wenn sie lokal auf meinem NAS wären. Generell lässt sich die Einrichtung auch sehr leicht vornehmen. Das heißt, ich gehe auf Extras, Remote Verbindung und gehe dann auf Verbindungseinrichtungen und kann hier sagen, okay, welchen Dienst möchte ich jetzt hier nun integrieren? Dropbox, Google Drive, WebDAV Server, FTP Server. Das heißt, ich kann auch natürlich mehrere NAS dann über WebDAV oder FTP hier einbinden, ganz wie ich möchte. Und kann dementsprechend sagen, okay, in dem Google Drive ich logge mich ein und schon sehe ich nachher den Share quasi in meinem NAS-System. Von daher habe ich hier quasi eine zentrale Oberfläche für meine Daten im NAS, aber auch vielleicht für meine Cloud-Dienste, wenn ich sie verwende, wie gesagt, Dropbox, Google Drive, OneDrive, je nachdem, was ich nutze. Cloud Sync wurde ebenfalls optimiert. Das heißt, wir haben zuallererst die Möglichkeit, nun wirklich zu spezifizieren, wie soll die Synchronisierung überhaupt ablaufen. Das heißt, ich kann nun entscheiden, möchte ich diese bidirektionale Verbindung, die wir bisher im Angeboten haben, nutzen oder ich möchte beispielsweise nur eine eindirektional, also unidirektionalen Sync haben. Beispielsweise sage ich, okay, ich möchte eigentlich die Cloud nur als Backup nutzen und kann so sagen, okay, Cloud Sync, wir machen unidirektional Sync zur Cloud, also von NAS zur Cloud als Backup. Genauso kann ich sagen, okay, ich würde gerne meine Daten nicht in der Cloud habe, gerne immer in Echtzeit synchronisieren aufs NAS, damit ich die Daten auch nochmal auf dem NAS habe, falls gerade mal der Zugriff auf meine Public Cloud nicht möglich ist, sei es, weil der Dienst nicht verfügbar ist oder aus sonstigen Gründen oder vielleicht, dass ich Angst habe, dass eventuell dieser Dienst mal die Daten verlieren könnte, kann ich meine Daten auch von der Cloud aufs NAS sinken. Zum Thema Backup bieten wir nun dadurch auch bei der Cloud die Datenverschlüsselung, das heißt, wenn ich jetzt unidirektional meine Daten vom NAS in die Cloud sinken möchte, als quasi Backup an einem anderen Standort, damit ich im Falle eines Ausfalls des NAS oder Brandes oder Hochwassers oder was es auch immer gibt, zumindest in einer Katastrophe, meine Daten immer auch noch an einem anderen Standort gesichert habe, also in die Cloud, kann ich meine Daten im Vorfeld verschlüsseln lassen. Hierbei handelt es sich um eine komplette Offset-Verschlüsselung, das heißt, die Daten werden am NAS verschlüsselt und erst dann zum Cloud-Dienstleister weitergeleitet und nicht erst danach, wie es manche zum Beispiel Cloud-Dienstleister anbieten, die sagen, okay, wir bieten auch die Verschlüsselung der Daten, dort werden die Daten dann zum Beispiel erst dann beim Cloud-Dienstleister verschlüsselt. Hier handelt es sich wirklich um eine Offset-Verschlüsselung, das heißt, die Daten werden erst verschlüsselt und dann erst in die Cloud abgelegt. Ganz wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass die Daten an der Cloud nicht auslesbar sind, das heißt, ich kann auch nicht mit einem Key die Daten auslesen, das erfolgt ausschließlich über das NAS, das heißt, ich kann nur mit einem NAS-System, also mit einem Synology NAS, diese Daten entsprechend dann auch wieder auslesen, indem ich dann den entsprechenden Keyen verwende, um die Daten dann down zu loden und entsprechend wieder zu entschlüsseln. Ansonsten würde der Download im Endeffekt immer dazu sorgen, dass ich die verschlüsselten Daten auch nur verschlüsselt downloaden würde. Generell unterstützen wir auch nur ein Passwort bzw. Zertifikat pro Public Cloud Account, das heißt, ich nutze nur ein Passwort für mein Public Cloud Account und für meine Synchronisierung, die ich dann in diesem Account durchführe. dazu unterstützen wir auch noch einige weitere Dienste wie zum Beispiel S3-kompatible Anbieter, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Händler bin und möchte gerne sagen, okay, oder ich möchte für meine Endkunden auch die Möglichkeit bieten, Cloud-Speicher aus meinem eigenen Rechenzentrum anzubieten, kann ich zum Beispiel über S3 oder über WebDAV quasi mit meinem großen Synology NAS zum Beispiel dann meinen vielen Kunden, die kleinere NAS verwenden, sagen, okay, hier, ich kann dir Cloud-Speicher anbieten, du kannst deine Echtzeitsicherung bei mir in mein Rechenzentrum ablegen, dann natürlich auch verschlüsselt, dass die Daten auch wirklich dann verschlüsselt bei mir im Rechenzentrum liegen. Diese Möglichkeiten bieten wir quasi gerade für Händler, die sagen, okay, hier, wir möchten euch Cloud-Speicher anbieten und ihr seid wirklich sicher, dass wir die nicht auslesen können. Dazu unterstützen wir auch Amazon Web Service, SFR nun und auch HiCloud. Generell möchte ich auch einmal kurz zeigen. Gehen wir auch hier wieder aufs NAS und dann auf die Anwendung Cloud-Sync. Hier sehen wir auch schon wieder mehrere Accounts, die uns angerichtet haben, nämlich noch einmal den Google Drive-Account. Gehen wir zum Beispiel auf Einstellungen und schon sehen wir, okay, ich kann sagen, welche Synchronisierungsrichtung möchte ich anwenden. Bidirektional, nur quasi in die Cloud oder quasi von der Cloud synchronisieren. Man sieht auch schon hier dann den Punkt Moment und auch hier den Punkt zum Beispiel Verschlüsselung. Dementsprechend ist sie jetzt deaktiviert. Ich kann sie auch im Nachhinein nicht mehr aktivieren. Das heißt, ich kann das dann wieder aktivieren, wenn ich halt eine neue Aufgabe, eine Cloud-Sync-Aufgabe erstelle und dort dann direkt sagen, okay, die Daten sollen verschlüsselt werden. Das zeige ich einmal kurz. Das heißt, ich gehe einfach auf das Plus, sehe dann hier die Dienste zum Beispiel. Hier sieht man noch S3-Speicher, WebDAV-Speicher, Google Drive, nehmen wir mal Google Drive, würde auch wieder dann der Login erscheinen und im Endeffekt im nächsten Schritt das Fenster kommen, wo ich sagen kann, okay, ich gebe diesem ganzen Cloud-Sync-Aufgaben-Name, kann sagen, okay, welcher lokale Sync-Fad soll verwendet werden und kann dann sagen, in welche Richtung ich synchronisieren möchte. Am Ende dann kann ich hier mit einem Haken sagen, okay, alle Daten sollen vor dem Hochladen in die öffentliche Cloud erst mal verschlüsselt werden, sodass ich hier sicher bin, dass die Daten wirklich auch nur verschlüsselt in die Cloud gehen. So. Gehen wir weiter auf den dritten Bereich, den letzten Bereich, Funktionen und Anwendungen. Hier haben wir auch einige neue Funktionen integriert in den DSM 5.2. Zuallererst haben wir aus der Node-Station nicht nur eine Notizanwendung gemacht, sondern eine voll funktionsfähige Aufgaben- oder Taskmanagement-Software. Das heißt, nun kann jeder Nutzer zum Beispiel To-Do-Listen anlegen mit Fälligkeitsdatum und Erinnerungen zum Beispiel, dass ich auch erinnert werde, wenn zum Beispiel eine Aufgabe fällig wäre, erledigt zu haben. Genauso kann ich bestimmte Aufgaben priorisieren lassen und ich kann diese Aufgaben auch zu bestimmten Notizen zuordnen. Also ich sage, okay, ich habe hier eine Notiz, dazu habe ich eine gewisse Aufgabe und kann dementsprechend Content mit Aufgaben dann vermischen. dazu bieten wir nur noch die Möglichkeit, Content zum Beispiel aus der Webseite quasi als Notiz zu speichern. Wir haben dafür den Synology Web Clipper. Derzeit bieten wir ihn für Chrome an, den ich da nutzen kann, um zum Beispiel Web Content quasi als Notiz im NAS dann zu speichern und dann zum Beispiel zu bearbeiten, zu sharen, je nachdem, was ich alles machen möchte, Kommentare einfügen. Ich kann da also relativ viel mit dann auch machen mit diesem Content, den ich mir dort speichere. Genauso kann ich auch für DSNode jetzt handgeschriebene Notizen verwenden, Farben ändern, die Dicke der Schrift und so weiter, dass ich als auch gut lesen kann. Dementsprechend kann ich handgeschriebene Notizen auch nun bei DSNode verwenden. Gerne möchte ich auch das ganz kurz einmal zeigen. Gehen wir auf die Notestation und sehen dann hier schon zum Beispiel die To-Do-Listen und kann dann hier alle meine Aufgaben sehen. generell sagen, okay, ich möchte gerne eine neue Aufgabe hinzufügen. Zum Beispiel möchte ich morgen privat einkaufen gehen. Ist ja morgen Samstag. Dementsprechend füge ich das hinzu, sage, okay, wann möchte ich das erledigt haben? Morgen auf dem Samstag. Um 18.00 ist mir ein bisschen spät, dann kann ich keinen Fußball mehr gucken, machen wir 14 Uhr draus. Und ich erinnere mich, lasse mich eine Stunde vorher zum Beispiel auch erinnern, damit ich dann weiß, okay, hey, Dennis, vergiss nicht, du musst noch einkaufen gehen. Dementsprechend weiß ich dann Bescheid und vergesse es auch nicht mehr. Von daher kann ich hier meine Aufgaben dann verwalten. Dazu, um das auch mal zu erklären, den Webclipper, den zeige ich mal, dadurch, dass wir ihn unter Chrome anbieten, öffne ich mal Chrome. Hier haben wir schon mal Chrome. Und jetzt zum Beispiel, ich sage, okay, ich möchte gerne mal mich ein bisschen amüsieren, kein wirklich gut journalistisch aufgearbeiteten Artikel haben, sondern ein bisschen humorvolle Sachen lesen, die nicht wirklich gut recherchiert wurden. Gehe ich auf die Bild-Zeitung, als meine Comedy-Lektüre starte ich den Webclipper, den wir hier oben eingebunden haben, der ist schon auch verbunden. Ich kann dann zum Beispiel sagen, in welchem Notizbuch ich zum Beispiel speichern möchte und zum Beispiel, ob ich vollständigen Inhalten, nur einen Screenshot haben will von der Seite, vereinfacht, das heißt, nur Texte zum Beispiel, kann ich halt entscheiden, wie ich möchte. Kann auch noch Text hinzufügen oder Kommentare und dann kann ich diese Seite zum Beispiel speichern, was wir jetzt tun. Verarbeitung läuft, das heißt, nun wird die Homepage hier verarbeitet. Das kann unter Umständen jetzt gerade bei der Bild-Zeitung ein bisschen länger dauern, legen halt nicht so viel Wert auf Content, sondern eher auf schöne Bildchen, für die die Bilderbücher halt gerne lesen, kann ich das dann nur empfehlen. Von daher dauert die Verarbeitung jetzt anhand der Bilder etwas länger. Erfassung erfolgreich, das ist schon mal schön. können wir auch gleich dann Chrome wieder beenden, brauchen wir jetzt nicht mehr und das Ganze können wir uns ansehen. Wenn ich jetzt, ah, jetzt habe ich sie, das ist jetzt nochmal neu startet, die Notestation, sehen wir nun Notizen hier, Bild.de, als neue Notiz. Hier werden die Bilder jetzt gerade eingefügt, das dauert immer noch etwas und dementsprechend läuft die Verarbeitung noch. Von daher werden jetzt nach und nach die Bilder alle eingefügt. Das Schöne ist dann noch kann ich sagen, okay, ich füge noch zu Notizen zum Beispiel Aufgaben hinzu, sage, okay, ich möchte den Unsinn gerne mal lesen, also Aufgabe Unsinn lesen, trage ich dann entsprechend ein und dann habe ich eine Aufgabe, die ich natürlich dann auch wieder mit Zeiten, Erledigungszeiten dann eintragen kann. Habe auf jeden Fall eine Aufgabe zur Notiz, die einmal natürlich dann insgesamt dann einmal in allen Aufgaben zu sehen wäre, allerdings auch immer bei den Notizen direkt, dementsprechend gehe ich hier auf bild.de, öffne nochmal die Aufgaben, die dazu waren und steht, okay, Dennis, lies mal den Unsinn hier. Von daher habe ich hier die Möglichkeit auch Aufgaben an Notizen zu zuordnen. Des Weiteren bieten wir nun mit DSM 5.2 Docker an. Was genau ist Docker? Was kann ich darunter verstehen? Docker ist eine Lightweight-Virtualisierung, womit ich wirklich dann nur spezifische Applikationen virtualisiere. Ich muss also nicht mehr, wie man es von gewöhnlichen Virtualisierungsplattformen kennt, wo ich das gesamte Betriebssystem virtualisieren muss, also die gesamte Umgebung zum Betrieb einer virtuellen Anwendung. Das muss ich nicht mehr machen, sondern ich kann hier wirklich dann nur die Anwendung selber virtualisieren. Bedeutet in dem Fall gerade, weil NAS-Systeme eher darauf ausgelegt sind, energiesparend zu bleiben, sind halt keine hochleistungsfähigen Server. Energie sparen zu bleiben und vor allem auch ruhig zu bleiben, werden hier vor allem weniger Ressourcen benötigt, ist also Ressourcenschonender oder dementsprechend sehr effektiv dann auf einem NAS-System einzusetzen. Generell haben wir hier auch das Docker-Hub integriert, das heißt, generell gibt es eine große Community für Docker, die vorgefertigte Images zum Beispiel schon erstellt mit Anwendungen, sodass ich als Nutzer von Docker generell diese Docker-Applikation sehr, sehr einfach dann nutzen kann. Wir haben das integriert, dass wir auch die Community, beziehungsweise generell die Pakete, die angeboten wir im Docker Hub von Communities oder von den Herstellern selber im Endeffekt dort ganz einfach integrieren können. Generell sei nur zu erwähnen, dass Docker nur unterstützt wird auf alle NAS-Systeme mit Intel-Plattformen und auch nur für 64-Bit-CPUs. Das heißt zum Beispiel, dass die Play-Varianten hier leider rausfallen. Unterstützt wird dadurch nur von Geräten mit 64-Bit-Intel-Prozessor wie DS713+, DS415+, 1515+, und höher. Dazu sei noch zu sagen, dass zum Beispiel eine DS2015xS nicht unterstützt werden würde. Dementsprechend, weil sie keine Intel-Plattform hätte. Das aber nur nebenbei. Eine vertiefte Präsentation möchte ich dazu erwähnen, gibt es im nächsten Webinar mit Partner-Online-Training im Mai. Da kann ich das schon mal auf aufmerksam machen. Deswegen möchte ich einmal grob zumindest Docker und die Oberfläche erklären. Starten wir mal Docker. Ja, sehen wir hier, okay, wir haben keine Anwendung gerade laufen, keine Auslastung, keine RAM-Auslastung. Jetzt gehe ich auf die Registrierung, quasi die Anwendung des Docker-Hubs und kann mir jede beliebige Anwendung, nehmen wir mal, wenn ich mich vertippe, Webmine zum Beispiel. Jetzt wird das durchsucht und ich sehe alle Webmine-Pakete, die quasi abgeloadet sind. Ich sehe schon, okay, das hier ist die bekannteste, beliebteste, die kann ich jetzt mit Doppelklick öffnen und sagen, okay, welche Version möchte ich denn downloaden? Die immer die aktuellste oder eine spezifische Versionsnummer, die ich vielleicht verwenden möchte, so kann ich sagen, okay, ich erstelle mir vielleicht ein Image der aktuellsten Version und teste die erst mal, bevor ich die dann produktiv im Einsatz habe. Solche Möglichkeiten habe ich dann. Und diese Images, die ich gedownloadet habe, finde ich dann alle quasi in dem Bereich Images. haben wir hier zum Beispiel Ubuntu laufen, kann im Endeffekt zum Beispiel sagen, okay, ich würde gerne Ubuntu mal laufen lassen, kann dementsprechend sagen, okay, ich erstelle einen Container, gebe ihm den Namen Ubuntu-Test, 123, Ports lasse ich automatisch zuordnen, klicke auf Weiter. Im nächsten Schritt kann ich dann für jedes, für jeden einzelnen Container auch eine Beschränkung der CPU-Priorität eingeben, genauso wie des maximalen verwendeten Arbeitsspeichers, falls ich mal eine Anwendung mit höherer Priorität laufen lassen will oder mit niedriger. Das heißt zum Beispiel, wenn ich nur eine Testumgebung laufen lasse, werde ich wahrscheinlich CPU-Priorität auf niedrig setzen, vielleicht auch den RAM-Speicher heruntersetzen, damit im Endeffekt mein NAS nicht so ausgelastet wird, weil ich hier vielleicht keine Performance brauche, sondern nur vielleicht neue Funktionen der neuesten Version erst mal testen möchte. So, übernehmen und schon haben wir einen Container erstellt, der Ubuntu-Test 1, 2, 3 hat. Von daher haben wir hier vier Schiene-Container, wir können auch mehrere Container laufen lassen, kann damit entscheiden, okay, welchen Container lassen wir laufen. Ich lasse jetzt auch diesen Ubuntu-Container mal laufen. Haben wir also aktiviert, sehen also auch sofort, wie hoch ist die CPU-Auslastung, wie viel RAM wird benötigt. Von daher habe ich alle die Möglichkeiten zu sehen. Gehe jetzt auf Details, sehe zum Beispiel, wann es aktiviert wurde und kann jetzt hier sehen, okay, lokale Ports, 4, 9, 2, 5, 4. Da greife ich mal auf die Oberfläche zu, damit man sieht, dass es auch läuft. Kopiere mir eben die Adresse des NAS. Einfügen, ich glaube, das war 4, 9, 2, 5, 4. 9, 2, 5, 4. Und wenn ich darauf dann zugreife, läuft der Container, Ubuntu läuft, kann zum Beispiel jetzt hier den Dateibrowser öffnen. Dementsprechend habe ich nun die Anwendung am Laufen, hochperformant auch, dadurch, dass das System sogar nicht wirklich ausgelastet wird, werkt sie mal ein bisschen RAM, die das System benötigt. Von daher sehr, sehr effizient und einfach zu bedienen und vor allem schön einfach zu verwalten. Das heißt, selbst Anwender, die jetzt weniger Ahnung davon haben, können ohne viel Fachwissen dementsprechend solche Container nutzen und verwenden und jede Anwendung, die im Paketzentrum zum Beispiel nicht angeboten wird, dementsprechend hier rüber finden, installieren, nutzen oder sich zum Beispiel auch eigene Pakete zusammenstellen. Von daher hat man hier wirklich breite Flexibilität, was die Anwendung von Synology NAS betrifft und alle Anwendungen, die nicht im Paketzentrum enthalten sind, Entschuldigung, kann ich dementsprechend dann auch über Docker dann entsprechend integrieren. Wie gesagt, ich möchte dazu nochmal, auch am Ende nochmal aufrufen, eine vertiefte Präsentation dazu gibt es nochmal im Mai, die sich dann wirklich der Virtualisierung beschäftigt, wo natürlich auch Docker eins der Hauptthemen dann sein wird. Weitere Funktionen, die wir mit DSM 5.2 oder beziehungsweise Optimierung, die wir da getroffen haben, sind einmal, dass wir nun beim SSD-Cache 99% weniger RAM benötigen, das heißt, wir haben die Datenblockgröße auf 64 KB hochgeschraubt. Dementsprechend benötigt das System nun weniger RAM, um viel SSD-Cache zu verwenden. Das kennen wahrscheinlich viele Kunden, die sagen, okay, ich habe ein großes NAS-System, möchte viel SSD-Cache auch dort nutzen, weil ich viel, große Mengen an Hot Data habe, die oft in dem Sinne ausgelesen werden müssen. Dementsprechend brauche ich dann die RAM-Erweiterung. Das wird jetzt nicht mehr in diesem Ausmaße dann mehr der Fall sein, dadurch, dass wir das optimiert haben und nun 90% weniger RAM für die Verwendung von SSD-Cache genutzt wird. Somit kann ich jetzt wesentlich mit dem gleichen Anzahl an RAM viel, viel mehr SSD-Speicherplatz für das Caching verwenden. Dazu unterstützen wir nun auch gruppenbasierte Speicherkontingente, das heißt, wir haben jetzt User-Quota, die ich nach Gruppen vordefinieren kann. Das heißt, wenn ein Nutzer einer gewissen Gruppe zugeordnet wird, bekommt er zum Beispiel ein gewisses Speicherkontingent, anhand der Gruppenrichtlinie zum Beispiel vorgegeben, kann natürlich als Administrator sagen, okay, ich möchte das nochmal ändern und der User soll mehr oder weniger bekommen, je nachdem, wie ich das als Administrator dann einstelle. Letzte Funktionalität, auf die ich ganz kurz eingehen möchte, ist Single Sign-On. Single Sign-On selber ist eine Funktionalität, womit ich gerade mich nur einmal einloggen muss in ein System und bin damit automatisch auch eingeloggt in anderen Systemen. Warum mich also nicht mehrfach überall einloggen? Ganz einfaches Anwendungsbeispiel, was man vielleicht auch kennt, ist zum Beispiel bei Windows. Ich logge mich in Windows mit meinen Daten ein und dann habe ich noch laufende ein ERP-System, ein CRM-System, müsst ihr mich dort überall auch noch einloggen, wenn ich es im Unternehmenseinsatz dann nutzen möchte. Und wenn die alle über einen Single Sign-On Server in dem Sinne verwaltet werden, brauche ich mich nur bei Windows einloggen und brauche ich bei allen anderen Anwendungen nicht mehr einloggen. Das unterstützen wir nur noch mit unseren NAS-Systemen, das heißt, Pakete, die Single Sign-On unterstützen werden, werden dementsprechend dann auch so verwaltet, dass sobald ich mich im DSM einlogge, ich mich nicht mehr für die jeweiligen Pakete einloggen muss, sondern automatisch zum Beispiel auch dort schon eingeloggt bin, wie zum Beispiel dann für die Fotostation. Und generell läuft das einmal als Server-seitig ab, das heißt, das NAS kann hier der Single Sign-On Server darstellen, genauso aber auch als Client fungieren. Das heißt, wenn ich zu der Administrator bin, habe viele NAS-Systeme zu verwalten, kann ich ein NAS-System als Single Sign-On Server verwenden, alle anderen sind die Clients, das heißt, wenn ich mich bei einem System authentifiziere, bin ich bei allen Systemen dann entsprechend eingeloggt, brauche also nicht über, wenn meine Login-Daten eingeben. Gerade wenn ich jetzt viele Systeme zu verwalten habe, würde das natürlich viel Aufwand bedeuten. So, noch einmal Zusammenfassung der Schwerpunkte des DSM 5.1. Was haben wir gelernt? Einmal im Backup-Bereich haben wir nun Aufbewahrungsregeln für unsere Backup-Sätze. Gerade bei der Versionierung kann ich nun entscheiden, welche Version möchte ich nach welchen Regeln vorhalten. Dazu bieten wir nun die dediziertere Wiederherstellung von Daten. Ich kann nun auch wirklich auf Dateiebene sagen, welche Dateien möchte ich wiederherstellen, welche Dateiversion muss nicht mehr ganze Backup-Sätze wiederherstellen, habe hierbei dann auch noch eine erhöhte Performance und vor allem auch eine sichere Verbindung. Im Bereich Cloud und externer Zugriff haben wir gelernt, dass wir gerade bei QuickConnect nun die Performance erhöht haben. Cloud Sync ist nun möglich unidirektional in alle Richtungen zu synchen und vor allem die Daten, gerade wenn ich es als Backup nutzen will, vorher erst quasi zu verschlüsseln und dann in die Cloud abzulegen, was gerade für Businessunternehmen, aber auch für Privatkunden eine sehr, sehr wichtige Funktion ist. Genauso wie die Optimierung der Cloud Station, dass ich nun die Dateiversion flexibler einstellen kann und im Endeffekt ein reduziertes Datenvolumenverbrauch habe beim Zugriff in Mobilgeräten, dadurch, dass wir hier das Long-Polling-Prinzip eingeführt haben. Der dritte Bereich Funktion und Anwendung, was haben wir hier gehabt? Einmal die Node Station, die wir jetzt optimiert haben, dass man nun vor allem auch Taskmanagement betreiben kann, To-Do-Listen herstellen kann mit Erinnerungen und Fälligkeitsdatum, genauso wie ich jetzt nun auch mit der Node Station dank der Web-Tippe-Anwendung nun auch Content von Webseiten automatisch alles Notiz speichern kann und entsprechend editieren kann, kommentieren kann, mehr To-Do's vielleicht auch noch da anhängen kann, ganz so, wie ich es möchte. Von daher war es das auch nun mit der Präsentation zum DSM 5.2. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können unter www.noddy.com auf unserer Webseite gerne das einmal alles austesten. Da haben wir einen Testserver laufen, auf den Sie sich einloggen können. Wenn sonst noch Fragen zum Vortrag oder sonst andere Themen noch sind, gerne immer an www.sales.noddy.com Da beantworten wir gerne alle Ihre Fragen. Somit wünsche ich dann noch einen schönen Tag und ich hoffe, die Präsentation hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.